eine neue gruppe auf koritakikum erstellen jeder kann eine neue gruppe erstellen ich bin jetzt angemeldet gehe auf weitere inhalte erstellen wähle gruppe aus und kann jetzt die details zur gruppe eintragen nachdem ich hier einiges erklärendes eingefügt habe hier hätte ich auch noch die möglichkeit ein bild einzufügen kann ich hier auswählen um welche art von gruppe es sich handelt soll sie im gruppenverzeichnis an angeführt werden sollen andere sich anmelden können oder nicht ist hier im ersten punkt die frage und im zweiten punkt wie einfach oder schwierig soll es sich für neue mitglieder gestalten eine mitgliedschaft zu erhalten soll jeder der sich interessiert sofort mitglied werden nur dann wenn er akzeptiert wird nur auf einladung oder soll es sich überhaupt um eine sehr geschlossene und exklusive gruppe handeln das habe ich hier die möglichkeit zu definieren ich speichere sehe jetzt mein eintrag ist hier im start bildschirm zu sehen ich habe hier die möglichkeit veranstaltungen nur für die gruppe einzutragen hier kann ich meine start ansicht ändern und unter rund mail habe ich die möglichkeit an alle teilnehmer dieser gruppe eine information zu versenden wenn ich weitere teilnehmer in die gruppe einladen möchte finde ich hier die möglichkeit oder den link freund in gruppe einladen ich klicke darauf sobald ich die e mail adressen eingegeben habe es ist dabei egal ob es sich um teilnehmer handelt die schon auf der plattform registriert sind oder nicht es wird an die e mail adresse geschickt und meine nachricht ergänzt habe kann ich diese einladung versenden und nun hoffe ich dass sich meine gruppe schnell erweitert so einfach ist es bei koritaki eine neue gruppe zu erstellen so 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 so